Hi Söscher, meine Damen und Herren, wir sind zurück, die Deutschen mit einer neuen Folge, weil die Deutschen... Guten Tag hier an alle deutschen Kameraden, gell, ich grüße euch mal in die Kamera, gell. Hier, der Hesse, der Manni, grüßt euch hier, auch das da, woher er kommt. Ich bin Deutscher. Ja, aber ich meine das so aussehend, das Molucke-Verhalte von dir. So, an alle Ölaugen da draußen, gell, grüßt euch, gell. Bleibt da, wo ihr seid, wenn ihr uns aus dem Ausland hört, hört da weiter. Ganz wichtig, gell. Kommt nicht nach, kommt nicht mehr. Ich bin aus Hesse, das Ding wird auch hier in Wiesbaden aufgenommen. Ja. Landeshauptstadt, wisst ihr ja alle, gell. Ja, wir sind dumm, wir haben ja keine Ahnung. Nee, aber so Geografie, ihr kennt ja nur einen Weg hier, Mittelmeer-Horone. Horone. Ja, achso. Nimmt ihr da auch so Tüten mit, oder wie siehst du aus? Ich bin ja jetzt nicht so visiert da in dem Thema. Ich bin hier geboren. Ja, nicht du, deine Verwandten, du. Mein Vater kam mit der Fähre, ja. Mit der Fähre, was war bei dir? Aber dieses Land hat mein Vater gebraucht und deswegen haben die den hier hingerufen. Ja, was wir gebraucht haben, entscheidest nicht du. Das entscheiden wir immer noch hier. Und außerdem habt ihr das Wort falsch verstanden, Gastarbeiter. Gast heißt auch irgendwann mal wieder gehen. Ist ja nur ein Gast. Wir haben ja gesagt, bleibt hier. Ja, aber der Status des Gastes ist ja irgendwann entgastet. Ja, weil man sich einnistet. Nein. Ihr seid wie so Frösche. Habt ihr euch überall, habt ihr ein paar Eier gelegt, gell? Zehn Kinder, Kindergeld, schön, bab. Was kriegt man heutzutage? Wer kriegt mehr Kinder, Frösche oder Araber? Araber, 100 Prozent. Die sind doch Sand am Meer, kannst du doch gar nicht mehr zählen. Nur das bei den Kaulquappen, im Gegensatz zu den Arabern, die nicht untereinander sich paaren, glaube ich. Siehst du mal, jetzt hast du es selber zugegeben, gell? So sieht es aus an alle hier, eure Inzest-Partys, was ihr da macht, gell? Hochzeiten nennt man das. Hochzeiten nennt man das bei denen, okay, alles klar. Inzest-Partys. Irgendwie ZÖS oder so, gell? ZÖS. Ja, ZÖS. Zeus, Alter. So. Mal ein kleiner Appell an euch. Hört auf mit dem Mist. Auf Appell reimt sich Skalpell. Reicht. 15 Kinder macht ihr. Schön 175 Euro. Oder was gibt's da jetzt im Kindergeld? Für 500. 200 Euro? Es gibt nicht 400 pro Kind. Wohin? Dann mach ich einfach, ich würd wahllos Frauen schwängern dann. Ich glaub, 208 Euro, irgendwie sowas in dem Dreh. Macht ihr 10 Kinder, habt ihr ein Nettoeinkommen von 2000? Schön. Dankeschön, deutscher Staat. Aber ey, man gibt doch nicht den Leuten, wenn die 10 Kinder haben, 2000 Euro Kindergeld. Na klar. Nein, das glaub ich nicht. Was denkst du denn, wo die ganzen Benzer herkommen und die ganzen S-Klassen? Ja, aber mit dem Geld musst du ja das Kind ernähren. Das Kind, das frisst doch nix. Das frisst doch nix. Hier, was habt ihr da? Hier Rieser, bisschen Hummus, bisschen was reingetunkt in das Fladenbrot. Das ist doch kein Brot. Schönes Dinkelbrot. Schön dick, mal einen guten Rand. Fladenbrot, nix. Einfach ein dünnes Teig. Was ist denn das hier? Sieht aus wie eine Folie, die ich abklebe mit meinem Malerarbeiten damals bei meiner Ausbildung. Man kriegt keine 2000 Euro Kindergeld. Na klar, klar. Der Staat gibt dir so 2000 Euro. Ja klar, was denkst du denn? Ja okay, aber wie viel kosten dich 10 Kinder? Du kannst ja nicht den Larry machen. Kostet nix. Ja, bei uns Deutschen, da kostet ein Kind was. Da kostet was. Schulausbildung, das habt ihr auch nicht. Da wird mal anständig gekleidet, gibt's ja auch nicht. Ihr klaut ja alles. Das, äh, wieso ihr? Ja, da wo du herkommst, das Ansehen ist ja schon schrecklich. Ja genau da, aber ich bin ja nicht da, ich bin hier. Ja, Gott sei Dank. Ich bin anders. Aber wenn ich schon da hingucke, gell? Ja, der ist ja ganz verloren. Der ist quasi wie so ein Vampir in der Transformation stecken. Ja, das ist auch so ein Wortspiel, was mir nicht gefällt. Ja. So. Alles sicher? Alles sicher? Ja, Drecksfiecher. Sag mal, Mann. Hab ich letztens einen Ali gehabt bei mir. Ich arbeite ja als Lagerist, gell? Ja. War ich da, hatte einen Tanktop an. Dann sag ich schon, Ali, willst du dir nix anziehen? Nö, ist mir warm, warm. Ja, zwei Tage war später, war der krank, zwei Wochen. Ja. Ist ja klar, gell? Wer nicht hören will, muss fühlen. Genau. Ah, ich kann's nicht mehr hören. Aber du siehst ja, der Ali arbeitet ja mit dir. Ja, aber das ist auch nur eine Zeitarbeitsfirma, das kannst du doch nicht ernst nehmen. Da wird ja nix handsfestes. Wie da, wo wir heute saßen. Nee, das war schon was Anständiges, was Sauberes. Gutes Publikum, Deutsche, Thomas, Jens, der Ronny. Thorsten. Thorsten, das sind gute Namen, gell? So verdient man Geld. Aber das kennt man nicht, ja? Bei euch und dann mit eurem Falafel, so ein bisschen Kischeerbsen zusammengedrückt, gell? Ich mag kein Falafel. Und dann mit eurer Sesampasse krieg ich nur Sohnbrennen, krieg ich aufstoßen. Warte, da wo meine Eltern herkommen, gibt's kein Falafel. Das essen die wir nicht. Gott sei Dank, seid ihr jetzt nicht so... Ich kenne Falafel seit einem Jahr. Durch Amjad kenne ich. Ich wusste nie, was das ist. Amjad, was ist das für ein Name? Das ist doch ein... Der ist ein Araber, da essen die dieses Falafel und Hummus und so. Das gibt's in Tunesien nicht. Oder ist das so ein Familiennamen synonym für Dschihad? Falafel? Nee, Amjad. Ja, nee, also es gefällt mir alles nicht. Ich bin froh, dass ich hier in Deutschland lebe. Gut, ich mach jetzt auch mal in der Türkei oder in Marokko Urlaub, gell? Dass man sieht, was die da auch treiben, ob die da mal wieder herkommen. Unter Beobachtung. Unter Beobachtung muss man mal ein Auge drauf haben. Denkst du, es wäre fördernd für meine Karriere gewesen, wenn ich mir so einen deutschen Vornamen gegeben hätte? Ja, sicherlich. So wie Felix Sturm, Arthur Abraham. Ja, sicher. Das ist eine Eintrittskarte. Aber wie hätt ich mich nennen sollen? Nils? Nee, du bist kein Nils. Doch, aber Nils wegen N-I. Nee. Niklas? Nee. Ja, was denn? Wir haben ja ein paar deutsche Kameraden. Die sind ja auch nicht ganz sauber. Muss man ja auch sagen. Was heißt nicht ganz sauber? Reden Sie von der Hygiene? Ja, nee. Da sind wir sauber. Nicht so wie ihr. Nur weil ihr mal ein bisschen Salzwasser abgekriegt habt, denkt ihr, dass eure Haut spüße schubberfrei seid, aber da kannst du dich mal aber ganz gefährlich schneiden, du. Nee, das ist anders. Was ist denn anders? Erklär mich. Bei uns, guck mal, wir haben ein paar deutsche Kollegen, die sind ein bisschen abgefärbt von euch. Ah. So, da heißt das Kind mal Jean-Pierre. Direkt mal in die Tonne kloppt du. Aber das ist Franzose. Ja, aber so einen Frosch-Schenkel-Fresser wollen wir auch nicht haben. Hast du noch nie Frosch-Schenkel gegessen? Nee, würde ich nicht machen. Schön. Wo ist man die Ravioli mit Wurst? Wo gibt's das hier? Wer ist Ravioli mit Wurst? Das ist so bei Essen. Aber bei euch. Will ich nicht, ich will's gar nicht anfangen. Wer ist euch? Du wirfst doch alles in einen Topf gerade. Ja, das, was ihr da eure Häuser baut und dann nochmal in die Topf frisst. Lehm und was ihr alles da isst. Ihr isst ja alles zusammen, Drecksfieche alle. Wer ist den schon angucker? Abraham Lincoln auf Down-Syndrom. Ach, der Manni. Der Manni. Der Manni verabschiedet sich jetzt. Ey, warum? Kriegt schlechte Laune. Nein, ich mag den Manni. Doch. Ja, der magst den, aber der mag dich nicht. Ist doch egal. Ich bin... Ey, ich will das nicht mehr. Ich will euch weghaben. Warum kapiert ihr das nicht? Habe ich letztens einen Bericht gelesen. Sechs Millionen Türken hier. Ja, wow. Jetzt wurde mir das mal aufgeschlagen. Soll ich klatschen? Soll ich aufstehen oder was? Die bereichern doch das Land. Ja, bereichern das Land. Also die bereichern das Land. Und das war jetzt ein übertriebener Satz. Nee, nee. Will ich alles nicht mehr haben, du. Vieche. Drecksdinger. Wie Spinnenweben. Überall sind sie. Ja. Nee, Ausländer gefallen mir nicht. Die vermehren sich auch. Das ist so... Guck mal, ein Ausländer ist ja so ein Problem an sich. Das stimmt. Ja, das ist ja schon. Ja. Und dann habt ihr eure Sitten. Da wird hier rumgetrudelt. Wenn ihr da die Hochzeiten feiert. Ich bin kein Hochzeitsfan. Da macht ihr Hochzeiten. Da hupt ihr die ganze Zeit rum. Gebe ich die Richt. Feier ich auch nicht. Da unterbricht mich doch nicht die ganze Zeit hier, wenn ich rede. Das ist so gut, ey. Anstand habt ihr auch nicht der Gelände da drüben. So, da frisst ihr alle von einem Teller, gell. Alle in die Hand greift. Greift ihr da rein. Das machen Saudis. Ja. Ob ich jetzt weiß, was du bist und was der andere ist, gell. Ob ich den Unterschied sehe. Zwei Dinger mit Vollbart, dunklen Augen. Das ist das Prototyp-Ding hier. Ob ich den Unterschied kenne. Ob der eine Mann einen roten Turban trinkt oder den einen der weiße. Was ist der Unterschied? Das ist recht. Das ist recht. Ja. So, greift ihr da alle rein. Keiner wäscht sich die Hände. Jeder furzt mal da rum. Und dann heißt das hier, ja, wir sind Familie. Ja, ich greife bei der Petra nicht einfach rein ins Essen, du. Das glaubst du mir doch nicht. So, auf jeden Fall. Boba stehen geblieben. Der unterbricht mich ja die ganze Zeit. Ja, sorry. Ich bin, äh, ich hab Hunger nach Wissen. Deswegen, ich will dich hier nur ausfragen. Hunger nach Wissen? Dann geh doch rüber. Dann kannst du was lernen. Wo? Da, wo du herkommst. Ursprünglich. Ja, da kam mein Vater mal irgendwann her. Ich bin hier geboren, du. Jetzt kann ich mich nicht mehr hören. Kann ich mich nicht mehr hören, du. Ach, da reg ich mich nur auf. Krieg ich Blutdruck. Hab ich mir letztens eine Blutdruck-Tablette geholt. Kommt mir so irgendeine entgegen. So irgendwas, eine Fadima oder so. Beim Arzt sagt sie zu mir, ja, das ist gut für sie. Ja, ich weiß auch, was gut für mich ist, wenn du nicht da bist. Aber das kannst du ja nicht sagen. Bist ja direkt ein Rassist. Darfst ja nicht mal... Genau. Ja, lass das fallen. Gehört dir. Wurde ja vom Kindergeld bezahlt. So, ja, stimmt. Hochzeit. Wenn man rassistische Sachen sagt, dann wird man direkt als Rassist-Betitel. Das ist ja voll schlimm. Das ist asozial. In meinem eigenen Land. Ich kann doch sagen, was ich will. Ich habe noch Meinungsfreiheit. Ja, stimmt. Demokratie ist doch da. Wir haben ja Meinungsfreiheit. So sieht es aus. Angeblich. So, da trudeln sie rum. Da knallt die Alte nochmal in die Luft. Die Oma, die darf mal da mal so eine Gaspistole benutzen. So, und dann wird es getrudelt. Dann kommen sie mit den Trommeln. Da erschreckt sich die Leute. Da ist ja noch nicht mal eine Vorwarnung. Das müssen ja eigentlich so viele Leute, wie da sind, eine Demo angemeldet werden. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Das stimmt. Aber wir müssen es machen. Sollen wir es akzeptieren oder sollen wir es ändern? Nee, das soll einfach nicht da sein. Also die Hochzeit an sich. Hochzeit ist ja an sich schon was Schönes. Muss man ja ehrlich sagen an der Stelle. Ja. Ist ja was Schönes. Ja. Wenn die jetzt nicht Fatima und Ilkay heißen, dann ist ja okay. Was ist Ilkay für ein Name? Ja, das frage ich euch. Warum habt ihr so komische Namen? Ist Ilkay ein Name, ein türkischer? Ilkay. Ja, mach doch mal das Maul auf. Sonst redet ihr auch. Ja. Deutschkurs C1 oder was? Alles sicher. So, hört mal zu jetzt. Man appellert alle, ja. Hört auf, dass die alte Oma mal rumknallen hat. Die ist so auf beiden Augen blind. Die sieht so sowieso nichts mehr. Nachher passiert da was. Das kann doch nicht sein hier doch. Ach, irgendwie mag ich dich doch. Ja? Ja. Weil du bist schon meiner Meinung. Ja. Du magst dich auch nicht, gell? Nee. Das ist gut, gell? Du bist einer von den Guten. Ja. Also ich nehme dir mehreren Sachen zu sogar. Ja? Wie lange bist du in Deutschland? Ich bin hier geboren. Dafür sprichst du aber gut Deutsch. 47 Jahre jetzt. 47 Jahre bist du schon? Nee. 49 Jahre. 49 Jahre. Ey, super. Kommst du mal mit? Auf ein kühles Blondes. Ich trinke keinen Alkohol. Ja, da fängt es schon an, gell? Ja, aber du weißt... Da fängt es schon an. Da ist das Problem. Ja, aber ich kann ja eine Fanta trinken. Ja, eine Fanta. Da kannst du den Frauen gehen, aber nicht bei uns. Bei uns trinkt man ein kühles Blondes, mal ein schönes Pilz. Super. Trägst du auch so Sandalen mit Socken? Nee. Ich bin doch nicht asozial. Das tragen andere. Äh, Sandalen mit Socken? Das ist eigentlich so ein Money-Style. Ja, aber wir sind ja moderne Deutsche. Ey, wo sind die guten alten Deutschen? Ich seh die nicht mehr auf der Straße. Doch, die sind da. Nee, die sind nicht mehr da. Ich bin auch ein guter alter Deutscher. Weißt du, wie oft ich manchmal im Bus sitze? Dann guck ich mal in der Gegend rum. Wieso fährst du mit einem Bus überhaupt? Umweltgerecht. Das kennt ihr ja nicht. Aber Bus ist doch auch so der gleiche Verbrauch. Nee, wir fahren Elektrobus. Was? Spinner. Ich fahre Elektrobus. Liegt das da direkt zu Schatten? Ja, Elektrobus. Kennt ihr ja nicht. Ja. Ihr kennt ja nur einen Bus. Welchen? Tja, bei euch heißt es Freiheit. Ab in die Freiheit. Ja, wieso gibt es diesen Money nicht in echt? Den gibt's. Das wäre mein bester Freund. Nee. Ich würde mich von dem auch roasten lassen. Aber der mag dich aber nicht. Ja, ist doch egal. Aber es unterhält mich. Natürlich ist das falsch. Weißt du, warum ich noch nie eine Immobilie gekauft habe? Weil ich so Leute da reinlassen muss, so Molucken. Nein. So Ölaugen. Du kannst doch entscheiden. Ja, aber entscheidest du dich mal drei gegen dich, dann kommen sie direkt mit 15 Leuten. Ja. Ja, das ist doch seitdem. 15, 20 Mann. Ja, du bist rassistisch. Nur weil ich gesagt habe, ey, hör mal zu. Ich will jetzt nicht den Kindern, dass ich Chala Machala hier in meinem Garten spreche. Das hören auch die anderen Nachbarn. Die kriegen doch Angst. Ja. Nee, das will ich nicht. Isst du gerne Döner? Nee. Das esse ich nicht. Doch, komm. Nee. Das ist mir unhygienisch da. So ein Döner. Das ist total unhygienisch. Kannst du mir erzählen, was du willst? Da läuft doch alles nicht mit den rechten Dingen zu. Aber die Dönerleden müssen sich doch deutschen Hygieneregeln unterordnen. Ja, Theorie und Praxis, gell? Das sind immer zwei unterschiedliche Sachen, das stimmt. Das, ja, das ist ein Problem. Das stimmt. Hast du eine Tochter, Manni? Ich habe zwei Kinder, ja. Aber es geht sich nichts an. Ja. Was fragst du denn so dumm? Zwei Kinder. Und beide sind mit 17 schon ausgezogen, weil ich ernähre die kleinen Bieste nicht. Ja, warte. Raus damit, Viecher. Wenn deine Tochter jetzt einen Türken heiratet, würde dich das stören? Oder stell dich vor, sie heiratet einen Schwarzen? Ja, sicher, gell? Machst du jetzt noch hier Späßchen? Dann macht er doch Spaß hier. Bisschen Spaß hier am späten Abend, gell? Ach, Mann. Aber was ist deine Tochter? Ey, das ist voll gut, wenn deine Tochter einen Schwarzen heiratet. Warum? Die Kinder können Basketball. Ja, schön. Kann ich auch rumklettern gehen, gell? Alles gut, gell? Nee, nee, kommen wir nix ins Haus. Oder wenn sie einen Türken heiratet. Nee, danke. Will ich nicht. Doch, dann kriegst du es schön. Ich habe ja nix gegen die. Ich habe nix gegen die. Ich kenne ja auch einen. Ich kenne einen Schwarzen, der ist ganz okay. Und ich kenne auch einen Türken, der Ali, der ist auch ein super Typ. Aber ich will die jetzt nicht bei mir im Haus haben. Ja, aber wenn deine Tochter mit einem Türken heiratet ist und die Töchter kriegt. Ja. Das wäre super. Nee. Türkische Töchter, Mitschnurber. Nee, weil dann verstehe ich die irgendwann nicht mehr. Dann reden die doch so ein komisches Zeug mit mir. Mit Ös und Üs. Nein, die reden doch in Deutschland. Ja, aber Deutschland, das ist auch nix. Geh mal in die Schule, siehst du ja, was du siehst. Das ist ja die Brut vom Satan. So, das ist doch nix Halbes, nix Ganzes, du. Da kannst du nix damit anfangen. Das ist kein gutes Grundfundament enthalten. Wo ist denn der deutsche Werner? Ja, okay. Aber was, wenn jetzt ein Türke oder ein Schwarzer oder ein Marokkaner? Ja, oh Gott. Oh Gott, jetzt fängt er an, gell? Was, wenn die jetzt alle drei Abi mit 1,0 bestehen und studieren? Ja, aber die haben das in sich. Das Klauen und so. Das kenne ich doch. Ich sehe es doch jeden Tag. Okay, was ist mit einem, so wie Eamon Abdallah oder Elias Embaric? Wer ist das denn? Eamon Abdallah? Der weiß doch nicht mal selber, was das ist. Ja. Nee, und Elias Embaric, der ist mit so schmierig. Der ist mit so ein schmieriger Typ. Ja, aber der ist doch so, wie du es haben willst. Ja, aber das ist ein Humpelmann. Das ist dann charakterlich bedingt, das ich den nicht mag. Okay, das ist jetzt auch nicht unrechtlich. Oh, der ist ja auch kein Deutscher. Der ist ja Österreicher. Stimmt, aber ist das nicht das Gleiche? Der geht auch dahin, wenn es das Gleiche ist. Ich mag Österreich, ich mag Wien. Nee, ich mag das nicht. Aber Arnold Schwarzenegger kommt aus Österreich. Ja, guck mal, wie der aussieht, du. Mit so einer Zahnlücke. Die kann man doch machen lassen. Wir haben doch in Deutschland gute Zahnzusatzversicherungen. Hast du einen abgeschlossen? Ich hab einen. Ja? Alles sicher. Alles sicher? Ich zahl das. Das ist sehr gut. Es sind ja noch 92, aber das könnt ihr euch ja nichts leisten, gell? Okay, was ist mit... Oh, diese ganze typische Supermärkte, die gehen mir so auf den Sack mit ihren drei Kisten Mezzeral, die sie eben auf dem Gehweg stehen, haben. Nee. Paletten. Ja, aber die bieten Alternatives, die bieten eine Alternative. Nee, warum geht man nicht zum Alnatuga oder irgendwo hin? Also Lidl, Netto, Aldi. Nee, bei mir kommt nur Pennymarkt. Edeka. Penny. Der Penny? Ja. Was mit Netto? Nee, Netto, da sind mir so... Auch so, da sind mir zu viele von euch. Ja? Ja, die ganzen Ninja Warriors sind da. Nee, tut mir leid. Ninjako. Also nee, tut mir leid, das mach ich nicht mit. Das mach ich nicht mit. Nee, bei bestem Willen, ne? Guckst du gerne Filme? Ja. Ja? Mhm. Was sind unsere Schauspieler, die du machst? Ja, so, ich guck gerne, was guck ich denn gern, gell? Schinders Liste, aber nur bis zur Hälfte. Und dann guck ich gern American History X, da schalte ich auch kurz vorher ab, bevor der dann plötzlich da so... Ey, wie lange drehen wir? Und dann, was guck ich noch? Was guck ich denn noch gerne? Hooligans mit Elijah Wood, oder wie der heißt, gell? Elijah Wood. Ja, mit diesem Kleinen da. Den guck ich gern. Weißt du, wer Elijah Wood ist? Das ist der von Herr der Ringe. Schön, wo der herkommt, aber ich mag ja nur den Hooligans-Film, ist mir egal, wo der anders gespielt hat. Was guck ich denn noch gern? Hast du ein paar Vorschläge? Ja, so wenn ich jetzt deinen Charakter einschätzen müsste, American History X. Ja, das ist super. Romper Stomper. Ja, das ist ein super Film. Ja, ne? Der Klassiker. Die Ideologie, die da drin ist. Das ist super, Alter. Jetzt bist du mir sympathisch, gell? Ja, das ist super. Okay. Alles sicher. Das ist doch mal ein super Film, Alter. Hast du mir jetzt echt Sympathie besorgt? Auch wenn ich die ganze Zeit hier auf den Glatzkopf gucken muss, so. Krieg ich direkt wieder die Kretze, Alter. Für nix zu gebrauchen, Alter. Ach, ich hab ja so einen kleinen Spitznamen, so heimlich für euch, gell? NN. NN? Ja, ja. Nichtsnutzer heißt das. Ah, sehr gut. Ja, das ist super, gell? Bist du alleine drauf gekommen? Nö, das hab ich letztens, hab ich einen Manitaler getrunken. Einen, was? Einen Manitaler. Achso, ein Manitaler, okay, jetzt verstehe ich. Dann haben wir es ja Manfred, ne? Sag mir nicht, wie ich heiße. Ich sag dir, ich frage. Ja, ne, du musst aber nicht so viel fragen. Wir sind hier nicht per du eigentlich. Ja, aber du tutst mich doch auch. Das ist egal, du hast keine Rechte hier. Du hast recht aufgesprochen. Oh ja. Kommen wir mal kurz zur Veranstaltung mal morgen. Welche? Da haben wir mal so eine kleine Gemeinde. Ja, ich weiß. Ich glaub nicht, dass ich, obwohl, kann ich da Jokes erzählen? Das war nur Spaß, du hörst ja gar nicht hin. Geh mal wieder zurück, wo du da herkommst. Da macht ihr doch jeden Freitag, da macht ihr doch immer so eine Versammlung. Ja, seh ich doch immer. Draußen auf der Straße, Begleitung, Todi Addisburg, äh, ähm. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wie viel, was wir... Ey, das war echt gut, Alter. Du kannst echt lange in dieser Rolle bleiben. Ja, ja, die Rolle. Das ist der Hass des Lebens, so. Aber wie mein ganz geschätzter Kollege sagt, Love, Peace und Harmony. So sieht's aus. Kennst du eigentlich Deutsche? Ja, klar. Ja, bist du auch gut mit denen? Oder bist du nur hier mit so komischen Dingen? Ich hab überwiegend deutsche Freunde. Deswegen bist du so ein anständiger Kerl, gell? Hast du Anzeigen? Hm, ich glaub nicht. Okay, also kriminell war's dann jetzt gut, super. Bist du auch so ein Typ, der so mal einen Monat verschwindet im Jahr? Nein. Nein, okay, gut. Hast du den Test bestanden, ne? Gut. Wie lange willst du da noch dran festhalten? Kann man den Schnauzer nicht wegmachen? Da wächst ja nichts mehr. Da wächst ja nichts mehr. Also wie man... Jeder ist seine Zielscheibe. Wie da man daran festhält, gell? Da wächst nichts mehr. Aber Hauptsache den Schnauzer, gell? Ja. Okay, wie findest du Detlef die Soest? Da ist sogar Detlef. Nee, das ist so ein Humblemann, so. Der Detlef... Es sieht aus wie eine Dartscheibe, du. Was hat der für Sommersprossen, du? Da denkst du einfach, dass du da in so ein Nudelsieb reinguckst, wo du Nudeln abwischst. So wie der aussieht, gell? Und dann seine komischen Tänze und sein Workshop, was er da gemacht hat. Das war auch für die Katze. Aber er hat gut abgenommen. Ja, gut abgenommen. Wenn man nix isst, außer Stock und Ameisen, wo der herkommt, ja, dafür nimmst du auf jeden Fall ab. Okay, Daniel Aminati oder Aminati? Hast du mal gesehen, wie so ein Django mal von so einem Löwen wegrennt? Hast du das mal gesehen? Ja. Das ist ein Spaß. Daniel Aminati, Animati, Detlef. Ja, das ist ja, also der ist ja im falschen Körper geboren, doch. Ja, aber. Nee, nee, wie nennt man das heutzutage? Ich kenn das Wort gar nicht mehr. Bounty. Nein, non-binär oder irgendwas ist der. Irgendwie sowas, gell? Binär. Binäre, irgendwie sowas. Gibt's ja heute tausend Bezeichnungen. Ist ja okay, dass so ist. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen, ist er okay. Die Zeiten ändern sich halt. Ja, aber nicht leider für uns. Das ist das Problem. Wo damals die ganzen Zündchen Schiffe. Aber guck mal. Das war super. Aber es gibt noch 80 Millionen von euch. Nee. Doch. Das wird immer weniger, gell? Wir haben Statistik jetzt gezählt, gell? Noch neun Stück. Statistik, wir sind jetzt noch, glaube ich, 62 Millionen. Nein. Doch. Es gibt nicht so viele Ausländer in Deutschland. Quatsch. 62 Millionen. Das muss ich selber hier nicht aushalten. Ich schaue es sofort ab. Ihr seid wie Fliegen. Ihr macht ja nicht nur ein Kind. Das wird immer so. Ein Ei ist direkt mal 15 Kinder oder so. Ja. Ihr verbreitet euch rasend schnell, gell? Wie die Pest. Traurig, ja. Danke. Wenigstens einer, der es mal sagt. Nee, ich bin enttäuscht. Ich bin gerade auch ein bisschen traurig, ein bisschen sentimental. Weil das ist echt eine krasse Sache. Das ist nicht das Deutschland, das du kennst. Ich habe das Video von dieser einen, die sich beschwert hat, als sie durch die Braunschweiger Stadt gelaufen ist. Ja gut. Die Frau hat ja vollkommen recht, gell? Was die sagt. Kannst ja nicht haten. Hat ja Meinungsfreiheit. Als ob der Mann nicht sagen würde, kannst du nicht haten. Ich passe mich doch in der Jugendsprache an. Also das Video fandst du gut? Ja, nicht gut. Ist jetzt kein Blockbuster. Aber hier so, hier ein, zweimal kann man drüber schauen. Bist du auf TikTok? Ja. Was machst du da für ein Mist? Ich habe lange nichts mehr gepostet. Besser ist es. Du gehst ja auf Tour, gell? Was kommt da für Publikum? Kann man sich mal das angucken? Ja. Ja? Aber gibt es da so komische Leute? Leider auch, ja. Aber die sind nett. Ja, nett sind sie alle, weil sie was wollen. Die leben doch von uns. Warum sollen sie nett nett sein? Okay, was ist mit einer hart Arbeit zu sein Geld? Der geht jeden Tag auf den Bau. Jeden Tag? Ja. Ja, aber die, jetzt fängst du mit den Balkanstaaten an. Ja, hier, was sie da sagen mit K und, nee, das ist doch kein gesittetes Volk, du. Das stimmt. Die ganze Beleidigung, da trinken sie zwei Bierchen. Bei uns heißt es Feierabendbier, bei denen heißt es ja Morgenbier, Mittagbier. Auf der Arbeit trinke ich nichts. Nein? Ganz klar, ich bin straight, wie ihr sagt. Straight. Aber sicher, wie lange muss ich denn mir das Scheiß noch hier geben? Ich muss langsamer gehen. Wie lange gedreht mich? Ich habe eine Frühschicht morgen. Was? 22. Reicht doch, ich muss gehen. Der Manni kann sich ja, wenn er will, verabschieden. Okay, liebe Leute, ich gehe jetzt, gell? Pass auf euch auf. Also, an meine Landsleute. Willst du noch sagen, wie man so wählen soll? Ja, klar. Sag es lieber nicht. Doch, das will ich sagen. Sag mir nicht, was ich sagen soll. Ja, soll ich es dir leid. Weil das regt mich auf. Also. MPD. Mannis Partei Deutschland. Will das Ding. Die würde ich auch wählen. Würdest du wählen? Ja. Ja, kannst du aber, dass du keinen deutschen Ausweis hast. Doch, klar, ich bin die geworden. Nee, also alles, was nicht deutsch ist. Also ich rede nicht hier, deutsche passt. Das nehme ich schon mal vor dem Argument weg. Was mit Asiaten? Aber magst du keine China-Pfanne? Ja, China-Pfanne. Komm, da brauche ich einen Schlitzschraubenzieher bei denen. So, alles, was nicht deutsch ist. Ich rede jetzt nicht vom Beutsche, passt. Das zählt nicht. Was mit weißen Ausländern? So, weißen Ausländern. Was sind das mit weißen Ausländern? Russe, Ukrainer, Kroate, Serben. Ja, nee. Der Italiener, der meine Frauen nachts anmacht. Beim Abendessen ist das okay. Der Grieche auch, wenn er die auch mal wegflankt. Ist auch okay. So, ähm, weil der ist nett. Ja, genau. Der ist nett, der darf das. Also Italiener, Grieche, die können bleiben. Da gehe ich auch gut essen. Beim Alfredo, der ist super. Da gehe ich gerne rum. Aber jetzt, alles andere ist mir ein bisschen so. Russland, Ukraine. Ja, aber. Die bringen keine Bombenstimmung hier nach Deutschland. Ja, genau, aber die sehen ja so aus, dass du, es nicht auffällt, dass du. Doch, das sieht man. Ja, die haben so, so, diese Köpfe, ne? Die haben so komische Köpfe. Ja, ja. Ja, okay, gut, ich gehe dann. Macht's gut. Hier, hier war der Manni. Jetzt kommt ja dein anderer Partner. Ja. Dieser Geleckte. Ja, genau. Der dann so mit halbdeutsch so Straßen in die Wüste dreht. Genau. Aber der ist cool. Wo nie was rauskommt. Ja, 2019, der ist wie Prinz. Der hat so 800 Eten. Der überlebt, gell? Das ist auch eine Kunst. Überlebenskünstler. Ja, Hustler. Ja. Der ist ein Hustler. Hustler. Apropos Hass. Ich hab ja nichts gegen Ausländer. Ich muss das jetzt mal klarstellen. Ja. Ist auch gut, dass ein paar hier sind, die arbeiten ja auch. Verdienen auch ein bisschen Geld. Ich zahl viel Steuern. Schön gut. Da spendest du aber auch in die falsche Richtung ein paar Sachen. Es ist gut, dass die hier sind, aber man muss sie ja nicht übertreiben. Genau. Alles in Maßen. Wie in allem im Leben. Genau. Apropos Maßen. Bald ist es wieder Oktoberfest. Da gönne ich mir mal eine Maße. Gehst du immer nach München? Ja, klar. Mit Dirndl. Mit Dirndl. Du bist doch ein Mann. Ich kann da sein, was ich will. In Deutschland. Der neue Mann hier ist tolerant. Ja, der neue Mann ist tolerant. Nee, Spaß. Drecksviecher. Auch weg. So. Macht's gut. Boah, Bruder. Wie anstrengend ist das? Sehr. Ja? Ja, Mann. Aber das ist geil. Ich feier das. Das ist echt geil. Aber jetzt erschreckt mich das, weil ich höre das ja jeden Tag so. Ja, aber die Leute sind nicht so offensichtlich ekelhaft rassistisch und so. Bruder. Aber nicht so. Ich bin ein Nazi und die Leute, das ist ja schon. Aber hörst du manchmal die Doppelmoral raus, natürlich, ne? Ja, klar. Ja, klar. Das ist ja das Geile. Diese Doppelmoral. Die ist ja supergeil. Boah, Manni ist schwer. Ist ein guter Charakter. Du kannst auch, das ist auch Satire. Weil du die Doppelmoral, weil du hältst den, also du weißt. Teilweise den Spiegel der Gesellschaft vor. Du weißt auf die Doppelmoral hin, dieses, alles was du gesagt hast. Ich will es jetzt nicht wiederholen. Das war schon sehr clever. Das hast du schon sehr clever gemacht. Du bist halt ein cleveres Kerlchen. Das muss man schon sagen. Was soll man machen? Aber weißt du, was krass ist? Wenn ich den Manni draußen mache, ich sehe, wie die Leute aus Herzen lachen. Stört dich das? Das hat Dave Chappelle damals gestört. Ja, ich störe mich, weil ich sehe, dass es die Wahrheit ist. Also, aber es ist ja für dich nicht die Wahrheit. Also, nee. Für mich nicht. Es ist für dich die Wahrheit, dass es so Leute gibt, die so denken. Ja, aber du siehst, dass die, also nicht alle natürlich. Ja, aber dass Leute darüber lachen, weil die sagen, ah geil, einer sagt's. Einer sagt's und der darf das ja sagen, geil. Aber so ist das. Aber es ist schon lustig. Findest du? Ja. Ich bin sorry. Ich weiß, was falsch ist. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal den Manni gemacht habe, kannte ich den erst mal drei Stunden. Das hat mich gekillt mit ey, du Ölaug und so. Das war zu geil. Der hat gelacht, ne? Stunden. Ich feiere das ja. Also ich feiere, man muss aber natürlich sagen, ich feiere das, weil ich ein Typ bin, der sich von sowas nicht angegriffen fühlt. Ja? Ja. Und wenn Leute sich davon angegriffen fühlen, dann kann ich das verstehen, dass die das nicht feiern. Aber ich fühle mich so, ich habe so gar keinen, ich bin da schmerzfrei. Ich bin da schmerzfrei. Also guck mal, ich feiere diesen Love Piece in Home YouTube, ich feiere den doch. Ja, weil du den witzig findest. Genau, das stimmt, aber der will ja gar nicht witzig sein. Ich würde gerne in der nächsten Folge, drehen wir ja morgen, ne? Ja. Bisschen ja live. Ja. Würde ich gerne mal von euren geschätzten Comedien-Kollegen mal gerne mal auf die Eventim-Kommentar reingehen. Oh. Das ist geil. Ja, das ist geil. Würdest du es machen? Ich mache alles. Warum sind die Comedien bei euch so eifersüchtig, wenn ich reinkomme und du? Voll oft so. Meinst du? Heute. Nein. Aber eifersüchtig, warum? Das merkt man. Nicht alle. 90% sind korrekt. Es gibt ja 10%, die so geschmiert sind. Ja, aber wenn du... Ja, aber wenn man sagt, die sind eifersüchtig oder neidisch, dann ist das ja so, als ob wir so... Ich weiß nicht. Wir selber sehen uns ja nicht. Wir sehen nicht... Wir gehen ja einfach rein und sagen, ey, das ist eine coole Show. Wir kommen auch als Gast, als Überraschungsgast. Wir wollen einfach im Publikum sitzen. Aber dann gibt es viele Comedians, wo ich sehe, dass das gerade passt, weil die Aufmerksamkeit plötzlich weg ist. Ja. Das kann sein. Heißt nicht, dass ich denke oder du denkst, ey, wir sind so krass. Ja, okay. Ich denke ja nicht so. Aber ich sehe das an Reaktionen und was Leute mir dann sagen, ey, Bro, der war den ganzen Abend gut gelaunt, seit du hier bist oder in die Saal, ist der abgefuckt. Ja. Habe ich oft gehört. Ja, neid ist ein Gift. Das ist eine... Ja. Es ist giftig-giftig. Es ist giftig-giftig, habe ich nie verstanden. Habe ich nie verstanden, wie du auf einen... Diese Person nimmt dir nichts. Es wird nichts an deinem Leben ändern, ob er am Start ist oder nicht. Es wird nichts an deinem Leben ändern. Nichts. So, du... Aber hat jeder Mensch neid? Man sagt ja voll oft immer, Deutschland ist ne Neidgesellschaft. Ja, voll. Ist das so? Ja, 100%. Das heißt, wenn jetzt Conor McGregor Deutscher wäre, in Deutschland, würden die Leute ihn nicht so feiern, wie er protzt mit... oder Floyd, Mayweather und so. Das würde gar nicht hier funktionieren? Gar nicht. Obwohl, man muss natürlich sagen, auch wenn ich denke, dass ich kein neidischer Kerl bin, mag ich aber dieses Protzen, so wie Conor McGregor und Floyd und Mayweather, das gefällt mir auch nicht, das missfällt mir. Ich mag das nicht, dieses Verhalten. Okay, bei ihm, bei denen ist es ja, das ist ja Marketing. Das ist ja nicht protzen, weil die so sind, sondern die leben davon, dass sie so viral gehen. Ja, aber ich glaube auch, dass die sich schon so feiern, du siehst, wie die sich geben in der Öffentlichkeit, wie die rumlaufen und so, das ist schon... So, guck mal, Conor habe ich anfangs gefeiert, weil der auch lustig war. Ja. Der hatte geile Sprüche, der war sehr schlagfertig. So, mittlerweile ist er ja einfach so eine Koksnase. So, Mayweather war aber nie lustig, der hat nie was Cleveres gesagt, der war schon immer unsympathisch, aber ich respektiere den ohne Ende, weil er ein Jahrtausendsportler ist. Das kannst du dem nicht wegnehmen. Okay. Und das sagt er ja selber auch. Es gibt ja dieses Interview, das ist aber auch schon 10, 12, 15 Jahre alt, wo er sagt, ey, weil die fragen, nee, viele hassen dich, viele mögen dich nicht. Und so hat er gesagt, guck mal, du musst mich nicht mögen, aber du musst mich respektieren. Und das stimmt. Vor der Leistung. Guck mal, Lewis Hamilton, ne? Ja. Formel 1. Ja. Amerikaner, ne? Genau. Oder Engländer. Ist der Amerikaner, ne, Brite, ja, ja. Aber in Amerika gefeiert, Star. Ist er? Ist Formel 1 Großstar? Nein. Nee, aber der ist ein Star, der ist überall. Ja, weil der sich oft zeigt, das stimmt, ja. Okay. Auch ein paar 20, 30, 50 Millionen schwer, oder? Oder mehr? Oder 100 Millionen? Ja, Formel 1 Fahrer ist doch ein ganz anderer Level. Sagen wir mal 100 Millionen. Ja, Minimum. Minimum. Der zeigt Hubschrauber, Yacht, Uhren, Markenklamotten. Der wird nicht so gehatet, ne? Wird nicht gehatet. Warum denkst du, ist das bei einem Mayweather? Aber guck mal, Michael Schumacher. Ich glaub, der ist sogar teilweise, kann das sein, sogar Milliardär? Nee, aber Schumacher hat schon über 500 Millionen verdient. Okay. Stimmt. Okay, 500 Millionen verdient. Halbe Million. Bei dem hat man nicht mal gesehen, dass er ein Haus hat. Ja, geil. Feierlich. Ich mag das. Ja, okay. Aber wäre das verwerflich, wenn... Ey, guck mal, ich hab mir ja die Formel 1 Doku angeguckt von ihm. Ich hab die immer noch nicht gesehen. Von Michael Schumacher, ne? Die so... Nee. Ich hab mir die Michael Schumacher Doku anguckt, weil es gibt auch eine Formel 1 Doku. Was zeigen die in der Formel 1 Doku? Ja, das zeigen die allgemein über die Formel 1. Okay. Aber Michael Schumacher ging's ja nur um ihn. Ja. Ey, Bruder, wie viel Werbung war auf dem Auto, auf den Anzügen. Total, ne? Und überall Malbüro, Zigaretten, Zigaretten, überall. Ja, ja, ja. Krank, wie viel Werbung. Sogar hier, Helm, überall. Handschuhe, überall bei Werbung. Also ich weiß nicht, ob das den Leuten bewusst ist, ne? Also auch bedingt durch seine... Aber ich mein, sorry, komm gleich. Wenn Michael Schumacher das zeigen würde, wäre das verwerflich. Ich rede nicht davon, dieses Floyd-Mailwetter-Protzen. So mit Geld, ja. Davon rede ich nicht. Ja, genau, genau. Ich rede einfach nur davon, dass du weißt, dass Michael Schumacher in so einer 6 Hektar Villa wohnt und dass du weißt, dass der vielleicht zwei Autos hat, einen eigenen Privatjet hat. Sogar da sagt man, ja, aber warum zeigt er das jetzt? Oder warum muss man das so wissen? Ja. Guck mal, Stefan auch über 400, 300 Millionen schwer. Wollte ich gerade sagen, guck mal, bedingt durch sein TV-Business, das er gemacht hat. Also Stefan Raab, die Leute können sich nicht vorstellen, weil die denken einfach, der ist der Moderator von TV. Wie reich dieser Mann ist? Also wie wissen das, dass Stefan Raab reicher als Justin Timberlake ist? Ja. Also ganz klar. Er hat mehr Geld. Ich glaube über 300 Millionen, 400 Millionen. 300, 200. Und bei dem siehst du auch nichts. Jetzt sage ich nicht, jeder soll so sein. Menschen sind verschieden. Aber Bruder, man darf eins nicht vergessen, was Amerika und deutscher Unterschied ist. Wenn Stefan Raab 300 Millionen hat, muss er 600 Millionen Minimum verdient haben. Ja, ja. Und wie reich wäre er, wenn er in den USA wäre? Dann wäre er so eine Oprah Winfrey. Denkst du, der lebt noch in Deutschland? Ich glaube, der lebt in Deutschland. In Deutschland oder in der Schweiz? Aber man sieht ihn ja, Bruder, was macht er? Er chillt. Aber man sieht ihn ja nirgends. Ich weiß das. Aber guck mal. Also ich weiß, ich kann gerne aus dem Nähkästchen erzählen. Ich kenne jemanden, der mit Xavier Naidoo privat sehr cool ist. Sehr cool. Die haben auch Songs miteinander gemacht und so. Und er hat mir erzählt, dass er mal so drei Tage bei Xavier gepennt hat. Er meinte, er hat so eine Garage wie Mayweather mit so 30 Autos, wo jedes Auto so 150.000 Euro. Er hat mir beschrieben, was für einen Garten. Also er hat mir dieses Haus beschrieben und das war wirklich wie so ein Mayweather 50 Cent Haus. Und ich war selber verwundert. Ich so, nein. Xavier hat nicht so Geld, Mann. Der so, doch. Der hat nicht so ein Haus. Und dann fiel mir ein. Weißt du, warum es so schwer war für mich zu glauben? Weil du das bei Xavier Naidoo nicht siehst. Weil er es nicht zeigt. Aber dann habe ich so die Statistiken überprüft. Was füllt er für Hallen? Seit wie vielen Jahren? Wie viele Platt hat er verkauft? Das kommt hin. Das kommt locker hin, dass er so reich ist. Also locker. Aber er zeigt es nicht. Er protzt nicht damit. Und das ist bei vielen Leuten. Bei Boris Becker. Okay, der ist ja Insolvenz. Aber der war ja auch ohnehin. Der war ja ein Tennis-Superstar. So. Viele Fußballer. Fußballer sind alle Millionäre. Da sieht man es auch nicht. Da sieht man es auch nicht. Warum willst du diese Augen? Guck mal, es sind zwei Gründe. Warum willst du diese Negativität auf dich ziehen? Ja? Dann diese Neidkultur. Dann, ich finde es halt nicht cool. Weil du bist dann nicht so, wenn ein Mayweather mit so Batzen Geld so rumtelefoniert und das wirft. Das ist ja Quatsch. Wenn er weiß, es gibt Leute, die arbeiten ganz hart, um gerade mal ihre Miete zu zahlen. Das macht man nicht. Das ist so eine Anstandssache. Meiner Meinung nach. Okay, das ist aber schwarz-weiß. Ja. Machen wir so mal ein Mittelding. Wir reden nicht, dass auf Social Media veröffentlicht wird oder irgendwas. Protzt du mit deinem Maybach oder irgendwas. Genau. Ich rede davon, in Deutschland teilweise, teilweise verstecken sich sogar Leute, dass sie zum Beispiel nie eine Uhr tragen. Ja. Oder sogar in so Gegenden wohnen, dass keiner weiß, dass die da auch sind. Ja, weil denen die Neidkultur bewusst ist. Denkst du? Ja. Das ist halt so ganz, ganz, ganz. Weil in Amerika, du siehst ja zum Beispiel von jedem Celebrity das Haus, was sie gekauft haben. Amis, die Protzen. Und guck mal, du darfst ja nicht vergessen. Guck mal, du ziehst ja auch, guck mal, so Protzer. Wer mag einen Protzer? Keiner. Welcher Protzer ist beliebt? Aber doch, in Amerika feiern die die. Ja. Nein. Bro, wenn ich irgendwo sitze und die Jungs reden höre, dann feiern die das, dass Floyd jetzt sagen, Bro, du hast gesehen, wie der Geld runtergeworfen hat. Ja, weil die ihren Charakter über Geld definieren. Ja? Ja. Das kannst du nicht feiern. Das ist kein Benehmen, das man feiert. Also ich bezweifle das. Und du kannst ja auch reich und cool und am Start sein, ohne diese Sachen zu machen. Also ich glaube, ich werde es jemanden angreifen, auch in Deutschland bei Künstlern. Jemand, der die ganze Zeit in Interviews sitzt oder darüber redet, wie viel Geld er hat, wie viel Ohren er hat, so, ist, weil er kein Selbstwertgefühl hat. Er fühlt sich nicht cool genug. Und er denkt, er kompensiert das, indem er das zeigt. Was ist, wenn er gefragt wird? Dann ist was anderes. Zum Beispiel, guck mal, es gibt ja Twitch-Streamer oder YouTuber, wie Montana Black und auch so alle anderen, die werden ja immer wieder gefragt, wie viel verdient ihr, wie viel verdient ihr. Und irgendwann machen die ein YouTube-Video daraus. Genau. Und sagen, ey, ich verdiene, keine Ahnung, 20.000 Euro im Monat. Ja. Weil Leute das verlangen. Ist das protz... Schwierige Frage. Da bin ich auch überfragt. Schwierig. Ich denke nicht. Nee, es ist eher so Fanservice. Ja. Ja, aber es gibt, guck mal, vor allem Rapper haben ja dieses Problem. Die sitzen dann in Interviews und sagen, ja, ich hab so viele Ohren. Ich sehe es, dass der Typ kein Selbstbewusstsein hat, weil er definiert sich darüber. Ja, man muss auch noch überlegen, dass 60 Prozent der Rapper nicht mal reich sind. Ja, also ein cooler Typ, der kann so cool chillen. Bruder, keiner von euch hat ein Prozent von Ken Reeves Vermögen. Ja, okay, aber Keanu ist wieder eine Ausnahme. Ja, genau, ist eine Ausnahme. Ja, aber guck mal, auch Tom Cruise. Ja, das sind aber so Leute, guck mal, bei Will Smith weißt du auch, was der hat. Ja, weißt du Will Smith ein Protzer? Ja, aber du weißt, was er hat. Ja, weil das allgegenwärtig ist. Bei Kevin Hart siehst du es auch. Ja. Du siehst es. Bei Dave Chappelle siehst du es nicht. Gar nicht. Null. Und der hat pro Special auf Netflix 20 Millionen bekommen und es gibt sechs Netflix Specials. Also rechne. 120 Millionen hat der schon gemacht. Und nur allein das? Nur das. Und der gar nicht. Und das feiere ich. Aber jeder kann sich ja anders entscheiden. Weil du hast recht. Es gibt ja auch diese Leute, die sagen, nein, ich feiere das wie Mayweather. Aber guck mal, ich finde, das sendet auch falsche Signale an die Jugend. Guck mal, also jetzt ehrlich, ich will, ich bin ein, ich hab tausende Fehler wie ein anderer. Aber guck mal, als ich ein Kind war, meine Mutter erzählt das heute immer noch gerne. Die sagt, weißt du noch, als so ein Kind war, hat Nizar immer gesagt, er will Erfinder werden. Und ich weiß noch, weil alle coolen Leute in der Popkultur waren Erfinder, Daniel Düsentrieb, dann Doc Brown bei Zurück in die Zukunft, dann bei Liebling, ich hab die Kinder geschrumpft, der Typ, der Vater ist ein Erfinder. Erfinder, Erfinder waren immer was Cooles, das heißt, guck mal, mir wurde so suggeriert, durch die Sachen, die ich im Fernsehen gesehen habe, ey, Erfinder seien es cool. Das hat mir gezeigt, ey, Wissen haben. Auch andere, Spider-Man, ist auch wissenschaftlich begabt, der hat ja seine Netzpatronen selber gebaut und was weiß ich. Das hat ja schon so einen Einfluss auf dich. So, und was bringt, guck mal, was sagen Kinder heute in der Schule, ich kenne doch viele Lehrer, die sagen, es ist eine Katastrophe. Kein Kind sagt mir, ich will Arzt werden, ich will Wissenschaftler werden. Alle YouTuber einfach. Ich will YouTuber werden. Warum einfach, ich will berühmt werden. Die Leute interessiert es nicht mal mehr, für was sie berühmt werden. Ja, ja, hauptsache berühmt. Ich will einfach berühmt werden, dem ist egal. Dem ist egal, und wenn die Leute schlecht werden. Es gibt einen Typ, der fällt momentan sehr schlecht im Internet auf, weil er nur davon lebt, sich eigentlich zum Affen zu machen. Und ich kenne jemanden, der mit diesem Typ befreundet ist. Und diesen jemanden, den ich kenne, hat den Typ, der sich zum Affen im Internet macht, gefragt. Gesagt, ey, was machst du die ganze Zeit? Du blamierst dich, was ist das für ein Benehmen im Internet? Weißt du, er sagt, ist mir doch egal, ich habe die letzten sechs Wochen 80.000 Follower gemacht. Guck mal, das ist sein Maßstab. So, und das sendet falsche Signale, dieses Protzen und Geldwerfen. Also, guck mal, Floyd, ich würde auf gar keinen Fall, kann man mir glauben, mit Floyd Mayweather tauschen. Warum? Also, die Leute, die sich ein bisschen auskennen, wissen das. Floyd Mayweather ist ein Analphabet, der kann nicht lesen. Das weiß man. Was nützt ihm das Geld? Kein Geld kann mir ersetzen, was ich lesen kann. Ich würde niemals, ja, aber ich, er sagte ja selber, wenn Leute den dissen oder 50 Cent, 50 Cent macht sich ja immer darüber lustig, dass Floyd nicht lesen kann. Kein so 50 Cent, wo die damals Beef hatten, der war ja richtig ekelhaft. Ja? Und Floyd hat ja mal irgendwie den gedisst, ich habe mehr Geld als du und hat 50. Einfach so einen Zettel mit so einem Kindersatz, wo du auch siehst, das sind so Kinder. Der so, hey Floyd, du stehst ja so auf Geld, ich gebe dir zehn weitere Millionen, wenn du diesen Satz lesen kannst. Den hat ein Sechsjähriger. Okay, so, und dann denke ich mir, aber das sehe ich ja selber, das sehe ich ja zum Beispiel, ich kann mich erinnern, vor drei Jahren oder so, habe ich so einen Fußballer gepostet. Ich weiß nicht wer, weil ich habe ja keine Ahnung von Fußball. Ich habe es nur gepostet, weil es lustig war. Ein Interviewer hat ihn irgendwas gefragt und er hat so richtig dumm geantwortet. Das war so irgendwas total Dummes. Also, dass du denkst, der Typ war nur in der ersten Klasse. So viele Leute haben drunter geschrieben, ja na und, trotzdem hat er mehr Geld als du. Das heißt, die sind lieber dumm, aber haben dieses Geld. Ja, ich denke, ich weiß, was die meinen. Die sagen so, warum willst du den angreifen, nur weil er was Dummes gesagt hat. Der hat doch Geld, dem geht es gut, bla bla bla. Ich glaube, es ist die Bewohnung. Also, ich glaube. Aber die Leute wollen ja berühmt werden. Du siehst ja wirklich, jedes Mädchen oder jeder Junge, der mir auf meiner VU bei TikTok gezeigt wird, mit 2000 Follower, 500 Follower, fängt an, irgendwelche Matches zu machen und macht so Bilder, macht Fragen, Runden und so. Nicht bei erwachsenen Leuten oder bei den Leuten, die uns zuhören, weil die sind eher alle geil. So, ne? Aber was denkst du, wenn wir eine Umfrage machen würden, von 12 bis 18-Jährigen? Und wir würden die fragen, du kriegst eine Million Euro, aber dafür nehmen wir dir die Fähigkeit zu lesen. Sagst du ja oder nein? Ich wette mit dir sehr, also eine schockierend hohe Zahl wird ja sagen. Ja. Und das ist voll traurig. Ja, aber auch traurig, weil, Bruder, deine Sache darf man nicht vergessen, viele Leute kämpfen. Ja, klar. Viele Leute haben, die würden für Geld was anderes machen sogar. Ja. Weil die sagen, ey, mir geht's nicht gut, ich geh 15 Stunden ab. Ich hab doch mal, ich war doch auf TikTok einmal live, da hat irgendjemand mir eine Anfrage geschickt, irgend so ein Mädchen, hab ich die angenommen und dann sagt die so, hey, alles klar, du bist doch scheinbar. Ich sag, ja, was machst du? Sagt die, ja, ich arbeite im Krankenhaus. Sag ich, wow, Respekt. Ja. Sagt die, ja, ich bin Krankenschwester, ich hab grad eine 12-Stunden-Schicht hinter mir. Sag ich, ey, Respekt, danke, dass es euch gibt. Danke, dass ihr auch Altenpfleger. Helden. Helden. Der Gesellschaft, ja. Wirklich, alle, so ein Job, den keiner machen will, sagt die, ja, aber ich kündige jetzt. Ich sag, warum? Sagt die, ich will jetzt TikTok machen, ich kann über Matches, hab ich gesehen, ich verdiene ein bisschen Geld, warum soll ich 12 Stunden arbeiten gehen wie so ein Depp? Ja, also die, ja, also die Gesellschaft bewegt sich leider auf einen Abgrund zu, das ist, also das Internet hat natürlich, ist ein Segen und ein Fluch gleichzeitig. Der Fluch ist natürlich, dass jeder denkt, jeder meint eine Stimme zu haben, jeder meint irgendwie Film zu generieren, wenn es da ist, ja, Film zu generieren und das ist halt, man freut sich natürlich für die Leute, dass die Geld machen, ne, und dass die so eine Berufung finden und dass die ihr Leben vereint haben, aber... Ich hab ne Frage. Ja. Aber ehrlich, wir sind ein ehrlicher Podcast. Ja. Wir sind auch ehrlich zueinander. Ja. Du sitzt hier und ich sitz hier. Du trägst eine Uhr, ich trag eine Uhr. Ja. Ja? Unabhängig, was, wegen Preis oder so. Ja. Könnte man sagen, könnte man, ja, guck mal, der protzt und der ist so ein normaler Typ, obwohl wir beide einfach eine Uhr tragen eigentlich? Das ist eine Ansicht, die man haben kann, ja. Aber warum? Ja, weil das automatisch in den, weil die Leute hier so gepolt sind, ja, der protzt, weil er, und es gibt aber auch die andere Ansicht, also jetzt ernsthaft nicht, weil ich lustig sein will, wirklich, dass Leute gucken und sagen, ja, okay, Schein kann sich das leisten, Nisa nicht. Das ist ja auch Quatsch. Die denken ja nicht so weit, dass die sagen, ja, Nisa ist kein Protzer und Schein ist so... Oder warum denken die überhaupt Protzer? Ja. Vielleicht ist Schein ein Uhrliebhaber, der Uhren liebt, der Uhren sammelt, der das für eine gute Investition hält. Ja, so denke ich auch. Ja, genau. So. Das heißt, es muss ja nicht immer das und das sein. Und außerdem, jetzt, ich will das jetzt nicht kleinreden, ne, sorry, du trägst ja keine 30.000 Euro Uhr, Bruder. Ja. So, das ist ja, so weiß ich nicht. Ja, aber es gibt ja Leute, die sowas machen für 100.000 Euro eine Uhr oder so. Ja. Also, guck mal, ganz ehrlich, ne, weil du Uhren liebst. Also, mich würde das interessieren. Ich liebe nicht so krass Uhren. Ich finde, es gehört zu einem Mann dazu. Ja. Als Accessoire. Ja. Weil wir nicht Accessoires haben. Ich mag keine Ketten. Ja, ja, wohnen. Ich mag keine Ringe. Ja, klar. Ich mag keine Armbänder. Ich finde, zu einem klassischen Mann. Ja, so wie James Bond. Genau. Gehört eine schöne Uhr dazu. Okay, aber jetzt... Aber, das ist so, wenn ich ehrlich bin, 40%. 60% ist das eine gute Investition, wo an Wert steigt. Ja. Du machst keinen Minus. Ja. Und ich weiß, wenn der Tag kommt, wo ich sehe, ey... Kriegst du sofort weg, ne? Dann verkaufe ich die sofort. Ja, aber meine Frage ist an dich, damit ich ein Bild und die Zuschauer oder Zuhörer vielleicht ein Bild haben, wie weit das bei dir geht. Sagen wir mal, du hättest so viel Geld wie Jay-Z. Mhm. Ne? Dann tut das dir nicht weh. Aber was wäre dein Limit, wo du sagst, auch wenn ich mir das leisten kann, ich bin nicht krank, das bezahle ich nicht für eine Uhr. 7.35. Okay, das ist gerade... Nein, wirklich. Es gibt nur eine Uhr. Ja. Die ist mein Traum. Ja. Und die kostet 7.35. Okay, aber du würdest jetzt nicht, auch wenn es dir nicht weh tut, eine Uhr für 200.000 Euro. Nein, nein. Weil du sagst, das ist einfach... Nein. Also guck mal, bei mir ist so, das weißt du selber. Ja, ja. Klamotten sind mir scheißegal, was die kosten. Ja. Was für eine Marke, meine ich. Ja. Was die kosten, weil ich würde niemals für ein T-Shirt über 200 Euro ausgeben. Oder 100 Euro. Nein. Ich hab kein T-Shirt, was über 100 Euro kostet. Okay. Aber für Jacken oder Schuhe? Schuhe, okay. Weil da fängt ja bei 100 Euro an. Das stimmt, ja. So. Bei Jacken sag ich auch, weil die müssen winterfest sein. Für Sommer niemals. Winter und Schuhe, okay. Ich würde nicht ein T-Shirt, also ich würde keine 800 Euro T-Shirt kaufen. Ich würde keine 2000 Euro Hose tragen. Wie entwickelt sich das in der Gesellschaft? Dass irgend so ein 20-jähriger Junge, statt in seiner Zukunft... Das würde ich niemals tragen. ...sagt, ich trage ein 500-Euro-Shirt. Das sieht man ja, weil er sich... Nein. Niemals. Für was? Diese Marke macht mich doch nicht aus. Ja. Ich trage, guck mal. Das hab ich geschenkt bekommen und die Hose kostet 20 Euro. Und das sind Vans, die hab ich für 60 Euro gekauft. So. Klar hab ich mich jetzt umgezogen. Das Hemd, was ich vorhin anhatte, ja. Das waren 40 Euro. Das sah aber stylisch aus. Ja. Es geht nicht darum, es geht darum, wie du kombinierst, wie du dich wohlfühlst. Wo ich Geld ausgebe, ohne in dem Moment drauf zu achten, ist Urlaub. Ja. Urlaub, das ist für mich... Ich möchte gerne Suite haben. Ich möchte gerne schön fliegen. Ich möchte gerne... Ich möchte nicht das Eckzimmer irgendwo bei der Baustelle haben. Ja. Da gönne ich mir das. Weil ich sage, das ist eine Erinnerung, die ich mir mitnehme, für mich. Urlaub gönne ich mir. Ich gehe gerne da essen. Gerne raus. Aber sonst... Aber du isst ja auch nicht high-class. Nein, das nicht. Ich mag... Du magst ja nicht mal high-class essen. Nein. Kaviar, Sushi, so Steak... Keine Trüffel, irgendwas. Ich will Spaghetti. Du beschwerst dich nur noch heute wegen Erik, wegen diesem Steak, weil du sagst, das war Quatsch. Ja. Also es ist ein Paradox. Also Urlaub, schönes Auto. Ja, das gefällt mir. Das ist auch so, wo ich sage, ey, ein schönes Auto. Aber nur wegen meinem Komfort. Weil man wird irgendwann faul. Ja. Es ist schön, einfach mal ein bisschen schöner zu fahren, ein bisschen mehr Platz zu haben. Oder du bist auf eine lange Strecke, 400 Kilometer, dann machst du die Massagesitze an. Ist einfach Luxus, ja. Muss man ehrlich sagen. Das gefällt mir. Aber es ist nicht so, dass ich sieben Autos will. Ja. Für was? Du kannst dir ja eh nicht alle gleichzeitig schreien. Das ist Quatsch. Nein. Kannst lieber was Besseres machen. Ich finde zum Beispiel, guck mal, wenn du eine Familie bist, also Frau und Mann, zwei Autos, völlig okay? Ja. So, oder wenn du mal Kinder hast, die erwachsen sind, auch ein drittes Auto fürs Kind, auch okay. Aber ich alleine, acht Autos oder drei Autos, ne, seh ich nicht ein. Fünfmal Versicherungen bezahlen. Leute kaufen Bauchtaschen für 200 Euro. Nein. Würde ich niemals machen. Das ist so, nein. Verstehe ich. Wo ich gerne Geld ausgabe, ist so Equipment. Weil ich hab was davon. Ja. Ja, für Equipment gibst du gerne Geld aus. Und ziehst mich mit in deinen Abgrund. Ne, das ist ein schwieriges Thema auch ein bisschen, ne? Ja, ja, das ist schwierig. Vor allem, ich hab wirklich das Gefühl, also ich sehe selten jemanden mit einem Gucci-Shirt, jetzt diese Gucci-Hemden und Gucci-Shirt. Erzähl mir nicht, dass dir das gefällt. Du trägst es, weil du dazugehören willst, weil die Leute sagen, du willst dieses, boah, guck mal, der trägt ein Gucci-Shirt. Oder so wie bei diesen Frauen, die diese Tattoos auf den Rücken machen, wo plötzlich jedes T-Shirt rückenfrei ist, auf einmal. Oder hier, wenn die hier am Fuß einen machen, dann tragen die im tiefsten Winter bei sechs Meter Schnee Ballerinas. Ja. Hauptsache, dass man es sieht, die ganze Zeit. Ich, äh, ich weiß nicht. Und, äh. Der wusste genau, was ich meine. Ja, ja. Jetzt wird er gelacht. Ja, das ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Es gibt vielleicht diese Leute, aber... Denkst du, es gibt auch Leute? Oder sehr gute Geschäftsmänner. Oder die ganz reichen Leute tragen so Sachen auch nicht. Die investieren in ihr Business. Ja. Tragen sowas nicht. Weißt du, dass letztens zu mir einer gesagt hat, ich habe ja nie Bargeld dabei. Ja, ich auch nicht zahle mit Karte. Ja, nie Bargeld. Vielleicht mal 50 Euro oder so. Oder 20 Euro. Da kam jemand zu mir, den kennst du auch, aber nur vom Sehen. Der sagt zu mir, boah, das ist verdächtig. Sag ich, warum? Ich sagte, weil du kein Bargeld hast. Ich sag, warum? Ich sagte, diese Möchtegern-Leute, Möchtegern, die kommen immer mit so einem Bündel und müssen es bei jeder Kleinigkeit für drei Euro so zeigen. Ja, genau, ja. So, immer für drei Euro, die zeigen das. Immer so bündeln. Ich sagte, das sind so Blender. Ja. Ich sagte, die Leute sind gefährlich, die so kein Geld dabei haben. Ja, ja. Sag ich, was redest du da? Ich zahle, also ich zahle mit Karte, weil ich immer mein Geld verliere. Und ich zahle auf Karten, weil ich erst 6 Tage zahlen musste. Guck mal, Joe Rogan, Alter, der hat von Spotify 100 Millionen bekommen. Bruder, du siehst gar nichts. Der hat nicht mal sein Equipment aufgehoben. Wir haben 2000 Euro. Guck, wie Joe Rogan aussieht, wie er sich anzieht. Ja, Bruder. Da müssen wir hin. Okay, wenn du jetzt 100 Millionen kriegen würdest. Ja, das wäre geil. Für den Podcast. Das wäre geil. Würde sich an unseren Klamotten was ändern? Bei mir auf gar keinen. Ich hätte mehr so Bugs Bunny Shirts. Denkst du, bei mir würde man es sehen? Ja. Aber. Weil du es dir gönnst. Nein, von teurer oder einfach nur schönere Klamotten? Ja, ja. Es bleibt auch in diesem Level. Du würdest jetzt nicht auf einmal wie so ein Papageier am Kommen. Würdest du nicht mehr Palmengrill gehen? Doch, 100 Prozent. Da ändert sich gar nichts. Also da bin ich auch überzeugt. Nix, gell? Da bist du nicht dieser Typ, dieses, nee, ich kann jetzt da nicht mehr sitzen. 100 Prozent, die wäre so scheißegal. Wir würden sogar öfter gehen, weil wir uns das nicht mehr leisten können. Wir würden wahrscheinlich selber einen Kalmen kaufen. Ja, das wäre geil. Damit du umsatz esst. Das ist ja geil. Nicht, weil wir ein bisschen so antworten. Ich glaube, wenn ich 100 Millionen Vortrags kriegen würde, ich wäre einfach so 16 Mal im Jahr irgendwo im Ausland. Ja, das machst du. Du fliegst in ein warmes Land. Japan, Malediven, dann Südamerika. Ja, und die sagen, ich bin Südamerika, warum? Ja, weil ihr 30 Grad ist, Alter. Ja. Und dann willst du da bleiben. Das machst du, ja. Ich will unbedingt in Amerika mit dir. Ja, Mann. Unbedingt. Das wird brutal. Weil nur mit dir wird das krass. Aber du weißt, wir werden den Spaß unseres Lebens haben. Ja. Aber ich mache alles, ne? Ich gehe auch nach Camden. Ja. Und nach Long Beach und so. Doch. Du wirst dich da reingehen und einer knallt dich ab. Das ist Quatsch. Ich bin so ein ängstlicher Typ, Alter. So, wir gehen hin und dann raps du. Du freestyles. Ja. Und dann sage ich irgendwas Falsches. Okay, stimmt. I don't know what you heard about me. I'm sure she in the club, she danced for dollars. She got a finger for the Gucci and I find the product. This bitch, she does anything. Okay, ich weiß. Okay, es gibt eine teure Sache. Wenn ich Millionär wäre, die würde ich mir holen. Welche? Jetzt bin ich gespannt. Der wird sich von den Schauspielern von Chucky, die Mörderpuppe, wird der sich was einsprechen lassen. Und das wird der dann so aufhängen zu seinen Spider-Man und Michael-Jackson-Ghost-DVD Platinum oder so. Ich würde mir, ich habe ja nicht so viel Ahnung, also ihr müsst mir sagen, aber ich glaube, das ist teuer, weil die ja nicht mehr so hergestellt werden. Ich würde mir einen DeLorean kaufen von Zurück in die Zukunft. Ja, doch, die sind teuer, weil die... Aber genau der aus dem Film. Ja, die sind teuer, weil die, so Leute wie du, haben so eine... Ich habe auch gehört, es gibt nicht mehr so viele Einzelteile dafür. Das heißt, es wäre immer teuer, allein wenn du irgendwas austauschen musst, das wäre so... Ich glaube, ich habe letzten... Ich gucke ja so jeden dritten, vierten Tag ein bisschen auf Ebay Kleinanzeigen. Weil ich will mir ja so einen Oldtimer holen. Okay. So einen Oldtimer, so ein richtig altes Auto. Einfach so mal wirklich jeden Sonntag nur fahren, wie so ein alter Opa. Geil. Ich gucke immer, da habe ich einen DeLorean gesehen. Genauso wie im Film umgebaut. Geil. Ich glaube, der lag bei 75.000. Okay, aber ist jetzt nicht... Ist es... Warte. Ist jetzt nicht so teuer. Ich habe jetzt viel teuer... Aber es ist viel teurer, als der Wagen eigentlich wert ist. Weil der DeLorean an sich... Der Wagen kostet 1,5, Alter. Kriegst ihn hergeschmissen, Alter. 1,5, 2, das ist nur, weil... Eigentlich könntest du den für 5 kaufen und dann einfach umbauen lassen von Erik, Alter. Ja. Fertig. Ja, der DeLorean... Ist der Knight Rider Wagen noch teuer? Ich kann mal gucken für dich. Ja, was ist das Knight Rider Auto überhaupt für ein Auto? Das weiß ich nicht, weil ich ab Looking for Freedom habe ich abgeschaltet. Ja, aber Looking for Freedom kam nach Knight Rider. Knight Rider Auto. Ja, genau. Sag mir, was das für ein Auto ist, Shane. Klär uns auf. Klär uns auf, Bruder. Es gibt ein Replikat. Replika-Autos. Bestimmt aus Thailand. Also. Das ist einer der wohlbekanntsten Filme aus dem Blablabla. Das ist ein Pontiac Firebird Transarm. Okay, werden die noch hergestellt oder nein? Willst du auch mit diesem Interieur oder ist es einfach nur das Auto? Das ist jetzt die Frage. Nein, einfach nur das Auto, das von außen so aussieht. Ja, also nicht mit dem roten Strick. Nee, das rote vorne ja. Ja, das gibt es ja nicht in echt. Das ist ja ungebaut worden. Okay, dann gehe ich jetzt mal. Ich gucke jetzt wirklich. Aber der Wagen an sich, damit wir so wenigstens ein Bild haben. Was kostet dieser Wagen? Weil ich glaube schon, dass das stimmt, was du sagst. Es ist nur noch so 1,5 Kosten. Pontiac Firebird Transarm. Guck mal, der kam direkt. Kaufen. Okay, jetzt hier. Weil Farid hat mir gesagt, ich habe mal mit dem auch darüber geredet, der meinte, das Problem ist, warum diese Autos teuer sind, weil es die einzelnen Sachen dafür nicht mehr gibt. Die Ersatzteile und so. Ja, das ist normal. So, deutsche Auslieferung, zweite Hand. Okay, boah, jetzt bin ich gespannt. Ich bin auch gespannt. Das ist ja ein richtiges Auto von 83, Alter. Ja, ja, das ist auch ein Oldtimer hier. Youngtimer gibt es auch sogar. Eine spätere. Okay, die fangen, also die normalen fangen gar nicht so ein Ding an. Drei? Ah, warte mal, ist es der? Nee, wie der aussieht. Ob es so ein Japaner dran geschraubt hat. Trägt so mit, ich hasse Autos mit so Kotflügeln, Heckflügel. So ein Knight Rider-Wagen wäre schon geil. Zum Restaurieren. Wie müsste es denn heißen? Filmcar oder? Knight Rider Auto. Schreib einfach Knight Rider Auto. Ja, da kommen tausende Stück. Ah, hier, Knight Rider-Basis. Zeig mir den, dann sag ich dir, ob das der ist. Knight Rider war die Serie für ein 80s-Kind, ich schwöre. Nee, der sieht nicht daraus aus. Viele sind Showcars. Ja, ne? Aber guck mal, Farid hat ja auch einen DeLorean, aber der ist innen nicht ausgestattet. Der ist nur für seine Bühne, der kann nur so rollen. Ah, hier, ich hab ihn gefunden. Ja. Original mit Licht. Jetzt bin ich gespannt. Auch drinnen sieht der so aus. Ja, geil. 75.000 Euro. Auch nicht so teuer, ne? Ja, aber der hat den einfach nur umge... Also, das lohnt sich gar nicht. Ja, ja, das ist... Eigentlich, guck mal, weißt du, was die gehandelt werden? Zwischen 10.000 und 20.000 Euro. Genau wie so ein DeLorean. Und DeLorean wahrscheinlich 5. So. DeLorean ist ein GMC, ne? Ich hab keine Ahnung. Ich hab einfach DeLorean 80er. Und dann sagt mir viel, der kostet so, wenn du den so holst. Ohne die ist umbauen, also hinten diese Sachen, weil... Sag mal, dann könntest du dir jemanden geben, der das kann. Ich muss dir aber ehrlich sagen, ich würde den nicht umbauen, genauso wie im Film. Weil guck mal, im Film hat der ja hinten diese Feuerteile und so, weil das eine Zeitmaschine ist. Damit kannst du ja nicht rumfahren. Da. DeLorean kaufen. Wie viel? 65, 95, 80. Wie sehen die dann aus? So silbergenau wie im Film? 50, ja. Ja, aber das sind alles, sie sehen aus wie DeLorean. Also wie die echten. Geil. Gibt's auch so ein DeLorean. So, was haben wir denn hier? Boah, der kann sich mal sonst von ihm stecken, Alter. 50.000 Euro. Boah, ist der schon hässlich, Bruder. Das Auto sieht aus, ob der platt gedrückt ist. Na, ist das schon stylisch. Aber der hat Flügeltöne, ne? Ja. Ich weiß, der sieht aus wie so ein gestrandeter Wal, Alter. Der ist eingeschlafen. Wenn ich den aber gleich sage, Doppelapfel, gucken wir mal, ob der aufsteht. Ja. Ja. In the Stump and Parking, in the winter's thing, winking, darling. Ja. Eine Stunde. Die sind schon eine Stunde dabei? Ja, dann machen wir mal Feierabend. Und ich such dir jetzt ein DeLorean. Ja, Mann. Aber würdest du den als Zweitauto am Wochenende so ein bisschen fahren? Soll ich sagen, wirklich mein Traum? Jetzt ohne Spaß, ohne zu betrachten. Ich will ein DeLorean, also wirklich aus den 80er Jahren, der so aussieht bei Zurück in die Zukunft, ohne diese Extrasachen, die da drauf gebaut sind, weil er eine Zeitmaschine ist. Einfach aber so geil, wieder so silber. Drinnen auch so mit diesen Sitzen und so. Ich will aber schon, dass das vorne modern ist. Das würde ich einbauen lassen. Also mit einem Navigationssystem, mit einer Bluetooth-Verbindung. Boah, da muss ja komplett alles umbauen. Weil du musst ja komplett die ganze... Weil ich will ja mit dem normal fahren, so wie man heute gewöhnt ist. Aber eigentlich macht man das nicht. Guck mal, weißt du, was mein Traum ist? Und den hätte ich fast bekommen. Und damals hatte ich das Geld nicht. Und ich finde ihn nicht mehr auf Instagram. Also wenn du das hörst, bitte meld dich. Ja. Das war ein Original-Auto aus dem Film aus American Gangster, wo Dancy Washington drin saß. Ich weiß. Boah, der Preis, Bruder, wenn du den hörst, gell. Wie viel war das denn? 21. Nein! Ich habe das Geld damals nicht gehabt. Boah, wer hat das gekauft? Das ist so ein Jackpot. Ich weiß nicht, aber ich habe ihn bestimmt 20 Mal auf Instagram in allen Nachrichten. Ich bin Nachrichten von zwei Jahren durchgegangen. Wow! Stundenlang. Ich wollte ihn anschreiben und ich sagte, ey, bitte, habt ihr das Auto noch? Stell dir mal vor, weil das ist der Original. Ich würde ihn ja so genauso lassen. Ja. Genau so. Eigentlich hast du recht, Deloitte, dass man so mit Kassetten deckt. Eigentlich musst du es so lassen. Ja, dann Thriller-Kassette rein. Ja, Mann. Thriller-Kassette bei Ebay bestellen. Aber wahrscheinlich hast du noch welche zu Hause. Ja. So. Und dann einfach sonntags oder so. Samstags. Ja. Ey, bitte, wenn du das hörst, meld dich. Ich weiß noch, der hat gesagt, mein Vater hat so eine Hollywood-Car-Vermietung. Der vermietet das Auto an Hochzeiten. Der will das aber verkaufen. Und als er gehört hat, den Podcast, dass ich Fan davon bin, hat er es mir angeboten. Und damals habe ich gesagt, ey, kann ich irgendwie die Hälfte erstmal geben? Dann sagt er, mein Vater macht das nicht. Jetzt, Bro, wenn du dich meldest, ich kaufe, ich hole den morgen ab. Morgen. Ja, Mann. Dann machen wir eine Runde. Dann hören wir nur so 60er-Jahre-Musik. Boah, ich glaube, der hört nicht mehr. Das war in den ersten 60 Folgen oder 70 Folgen war das. Ja, der ist enttäuscht, weil du den Wagen nicht gekauft hast. Nachdem du so überhaupt hast, dass du so ein krasser Fan bist. Ja, aber ich dachte, das Geld nicht. Ich hätte dir gegeben. Mhm. 21. Boah, das war eine andere Zeit. Achso, war das die Zeit? Ja, das war die Zeit. War das die Zeit, wo man chinesisch mal Marokkaner gegessen hat? Nein, so ekelhaft nicht, Bro. Wo wir 15 Euro zusammen gekratzt haben zusammen. Die Zeit nicht. Ja. Das war das Beste. Ich kann nicht mehr mich konzentrieren, Bruder. Ja, guck mal, wie der da schläft, Alter. Steven Hawkins, sein Bruder, Alter. Ich schwöre. Ey, meine Damen und Herren. Eva. Vielen lieben Dank. Danke, Schein. Ey, meld dich. Ja, meld dich bitte bei Schein. Eine super interessante Folge. Danke, dass ihr uns zutzt. Und, sorry. Wenn ihr einen DeLorean kennt, wegen einem Nachbar, meldet euch auch. Ja, einfach so eine Runde fahren. Dann höre ich dabei. Diese Musik. Meine Damen und Herren, vielen lieben Dank für die Folge. Folgt uns auf Spotify. Vielen lieben Dank, dass ihr uns zugehört habt und zugeschaut habt. Wir haben halb fünf morgens. Ja, und wir müssen wieder um 11 Uhr hier sein. Boah, wir sind tot. Folgt uns bitte auf Spotify. Wir können aber allerdings. Folgt uns bitte auf Spotify. Abonniert uns auf YouTube. Vielen lieben Dank. Wir lieben euch alle. Danke. Ich danke meinen Zuhörern. Wir haben echt die coolste Fangmann. Ich lerne ja einige von euch kennen, weil ich Tore ja und dann sehe ich euch im Publikum. Schein ist ein bisschen schwierig auf seinem Schloss, in seinem Schloss, auf diesem Thron. Da muss man. Mach hin, Alter. Ja, mach hin. Vielen lieben Dank, Jungs. Ey, danke meinem Partner Schein. Vielen lieben Dank. Schöne Folge. Ja, sehr schöne Folge. Geld ist nicht alles. Geld ist nicht alles. Alles ist nicht alles Gold, was glänzt. Genau, Bildung ist sehr wichtig. Bildung ist welche und Gesundheit. Guck mal, ein Tipp, den ich euch geben kann, ernsthaft, auch wenn ihr nicht gerne Leute lesen, nicht. Macht euch ein Ziel, ein Buch im Monat. Ja, geil. Das wäre schon mal gut. Ciao.